So, dann sind wir wieder zurück zu Dragon Ball. Genau, beim letzten Mal haben wir ganz viele Gegenstände bekommen. Ich weiß gar nicht, was das für Gegenstände sind. Material bekommen. Das sind die Geschenke. Da sind die Beiwasser. Hier, 5000 EP, 75.000 EP, 250.000 EP und hier sogar 500.000 EP. Hm, was du guckst, ist keine Wirkung mehr, okay. Ich finde es etwas ätzend, dass man nicht mehr benutzen kann, als du einen. Aber was wir natürlich machen können, ist Supreme Wasser benutzen. Ihr seht also, ich hätte noch ein bisschen trinkeln müssen. Selbst mit dem ganzen Beiwasser, die wir haben, reicht es nicht, um mit Level 100 zu kommen. Aber das finde ich halt auch so traurig. Ich meine, wir haben uns die Level bisher ja super hart erarbeitet. Dann ist es irgendwie doch ein bisschen schade, dass es einfach so ab jetzt so egal ist. Sondern man levelt sich halt hoch und fällig. Na gut, dann müssen wir noch weiter trainieren. Bringt ja alles nichts. Bekommen wir immer die 10. Supremes? Jetzt müsste ich ja nochmal deutlich stärker sein, als vorher. Your training won't end unless you truly fight with the intentions of you. Here I go! Now machen wir aber schon deutlich mehr Schaden, so viel ist klar. Ich habe dem ordentlich Damage gedrückt. Jetzt müssen wir nochmal tun. Hier geht es! Jetzt müsste ich ja dann... Warte. Lord Beerus is waiting. So, will you become a Super Saiyan God? I admit I'm rather furious. It would be quite interesting to see how much stride you can get after this next one. Wow! Yeah! Here I go! Yeah! 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 I am giving you a severe handicap, but always consider you're still keeping up quite well. Yeah! Yeah. Plenty of energy! Yeah! 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 Mein Name beginnt, ich muss sagen, dass dein Gespräch weit entfernt ist. Was denkst du hier? Was denkst du hier? Was denkst du? Was denkst du? Was denkst du? Was denkst du? So, jetzt habe ich wieder neue Supreme Wasser, ne? Genau, 20 Stück. So, wenn ich damit noch nicht an den Level rankomme, den ich gerne haben möchte für Super Saiyan God, werde ich so das Setting noch schneller abschließen können. Ja, dann drehen wir nochmal richtig auf, oder? Ja, dann drehen wir weiter. 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 Das war's. Ja, dann drehen wir weiter. Again, Ørity. Ja, dann drehen wir weiter. Ja, dann drehen wir weiter. Oh mein Gott. Easy. Ah, 20 Supreme, was ist das? 99, das müsste eigentlich für einen Gott schon reichen. Ist ja das Training zwar schwerer, aber das Training ist ja auch schwerer mit der Zeit, oder? Der Vorteil ist denn, wir haben, dass wir das Groove-Set versuchen, wie wir es langsam kennen. Das wollte ich nicht schon lange. Oh, das ist das, was ich hier? Oh, das ist das, was ich hier? So sieht das aus, was ich hier... Oh! 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 I could spend some more time for you. Do remember, one is most vulnerable after an attack. Pay very close attention when you pull into the hate and line of sight after an attack. Oh! 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 What do you think of this? What do you think of this? What do you think of this? Okay. Äh... Kampf wird natürlich schwerer. Ja. Aber... Äh... Aber... Äh... Aber ich hab ja auch am Ende des Tages, äh... das Move-Set drauf. Und dadurch ist es wichtig zu zeigen. Ich hab ja auch am Ende des Tages, äh... Also... Mm-hmm. Los! Hat� ninguém ausge twice. Uh... Achoo. Whoa! Ah! Rock, paper, Switch! Ah! I could spend some more time, too. Kamehame! 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 Sehr gut! Ich bin so einiger! Genau. Jetzt haben wir das Supreme Wasser bekommen. Mega Wasser und Super Supreme Wasser. Jetzt wollen wir auch erst mal folgendes, dass wir jetzt erst mal wieder das lutschen hier. Ich frage mich, wie viel Herr Beerus erwartet. Also, werden wir ein Super Saiyan-Gaub werden? Na klar, wenn ich diese Super Saiyan-Gaub habe. Aber erst mal zu dem, wenn du willst, oder? Ja! 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 Ich bin schnell. Du bist schnell. Du bist schnell. Ich könnte mehr Zeit für dich. PAPER SCIEN! Kamehame! Kamehame! Lend mir deine Fähne! Karla... V belohnt sich. Oh nein! Da geht es! Na ja. Da gehen wir rein. Na ja. Ja! Ja wie gut. Das ist ja schon so. in den neuen Stufen so kommt, dass man stärker wird, mehr Schaden machen, das heißt das Training selber per se macht schon Spaß, weil du merkst du bist stärker, aber ich finde es auch ganz schade, dass so viele Levels ich dann hochziehen muss, begrindig ist das so, das ist natürlich so J-Affiz, viele Japaner, die ja grinden, ich weiß nicht ganz warum, aber naja. I'm afraid your struggle is far from over Huh? I could spend some more time for you Ah, also, wirklich knapp von einer minute gewinnen kommt noch ich wusste ich mal irgendwo da ausruhen die vegeta würde da jetzt noch höher steigen aber ich kann auch die höhere trainings bis zum gucken später machen und vegeta hochziehen ist gar kein problem so das habe ich wieder ein paar level mehr so will you become a super saiyan god ich will wahrscheinlich super saiyan god kann es auch schon schaffen ich will jetzt hier noch einfach noch ein bisschen höher level ja 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 ich werde auch noch weitere DLCs kommen werden das kam ja neulich erstes DLC des 23. großen turniers aber es kann nichts aber ist egal Ich weiß nicht, dass ich das. Klar, weißt du, wenn ich dann Block um mich hinter hier teleportieren will, dann trifft er nicht einmal. Das Heimischen bringt überhaupt gar nichts. Aber wie ist denn Super Saiyajin? Das hat sich der Kampfkitzel mal wiederholt. Ich werde mal ein bisschen weiter trainieren im Off. Und dann hole ich in der nächsten Folge dazu, wenn wir dann... Naja, ordentlich hochgelevelt sind.